Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier, der Lenz TV und unser SK Sturm hat gerade soeben einen 2 zu 0 Auswärtssieg im kalten Wolfsberg einfahren können beim WAC. Im Endeffekt, naja, die erste Halbzeit nicht wirklich von Highlights geprägt. Wenn es was halbwegs Konstruktives vom gegnerischen Tor gab, dann kam es von unserem SK Sturm, obwohl da wirklich keine hundertprozentige Chance meines Erachtens dabei war. Im zweiten Durchgang für unsere Blackies weiterhin am Drücker auch etwas genauer Richtung Tor. Da gab es dann auch die konkreten Tormöglichkeiten. Ein gefährlicher Kopfball. Ich glaube, durch Danny Allah oder durch Thorsten Röcher bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Bisschen schwer zu erkennen gewesen. Auf jeden Fall das 1 zu 0 dann in Minute 55. Eben durch Danny Allah. Husbeck, der über die rechte Seite eine scharfe Reingabe bringt. Und Danny Allah, der genau dort steht, wo der Goalketter eben stehen soll. Und das 1 zu 0 für unsere Blackies erzielt. Völlig verdient auch zu diesem Zeitpunkt. In Summe unser SK Sturm weiterhin ganz klar überlegen. Man hatte das Spiel zu jeder Zeit, wie ich finde, voll unter Kontrolle. Und hat eben dann in der 70. Minute auch noch nachlegen können. Philipp Husbeck, der einen wunderbaren Ball Volley verarbeitet und den wirklich schön dann auch ins lange Eck reinhaut zum 2 zu 0. Auch da konnte eben der WRC Gole nicht mehr viel machen. Und das war dann auch im Endeffekt die Entscheidung, der WRC vielleicht so in den letzten 10 Minuten ein bisschen Versuch zu drücken und den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber außer einem wirklich halbwegs gefährlichen Kopfball von Top Zagic kann ich mich da an keine konkrete Torschance der Wolfsberger mehr erinnern. In diesem Sinne ein völlig verdienter Auswärtssieg. 2 zu 0 am Ende unsere Blackies. Weiter ins Spitzenreiter. Man hat sich die Tabellenführung zurückgeholt von Salzburg. Und ja, so kann es gerne weitergehen. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLensTV. Euer Elias. Auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao. Euer Elias.